Aber die Finger da raus. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Na, los, geh mal hin. Bilder für die Ewigkeit, Mensch. Um zwölf muss das alles aufgeschrieben sein, Ralf. Weißt du das, ja? Das ist der Brauch. Mama, Papa. Ach so, und am nächsten Mal. Grüß Lennart. Wie soll man von da weg, bitte? Vielleicht, wie ihr wisst, bin ich das Redens vor Publikum nicht mächtig. Genau. Ja, eine Menge karnevalistischer Unsinn wird geredet. Nichtsdestotrotz möchte ich euch verkünden, dass mir gesagt wurde, dass Buffet würde kalt werden, wenn es nicht verzehrt wird. Jetzt. Drum möchte ich euch bitten, in gesitteter Art und Weise, wie wir das so kennen, in einer Reihe und alle nacheinander, die schönsten Schmackgallen zuerst greifend an den Tischen vorbeischreiten, und ja, naja, halt euren wonnigen Gelüsten frönen, die Sachen auf den Teller schaufeln und dann wieder zurück an den Tisch. Nein, es gibt jetzt Bananen, oder wie? Ja, ne? Ich... Bei Aldi sind wir auch nicht. Nee, also wäre jetzt mein Anliegen, euch in der Art und Weise zu beglücken. Nein, zu beglücken. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Na, auf Darmtö und Rappelstunde? Wie ist das? Ja, ja, ja. Guck mal, guck mal. Wir gehen. Komm hier, Kramer, bitte. Guck mal. Geht keinen Lust, geht keinen Lust. Alles Gute wünsche ich euch. Papanda. Ich habe diesen herrlichen Walzer gehört. Diana hat ja schon jahrzehntelang geprobt, diesen Walzer, der immer noch nicht klappt. Oder? Heute klappt er? Den müssen wir ja sehen. Also, Mario, nein, du sprichst jetzt überhaupt nicht, ich will den Walzer sehen. Wir wollen den Walzer sehen. Walzer. Musik Musik Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.